was geht ab liebe freunde und herzlich willkommen zurück zu battlefield 1. wir spielen im modus rush eine folge nach der 200 und zwar die 201. ihr wisst ja im stream kam im stream kam ja das letzte mal moment komisch dass die granate den uns angetan hat auf jeden fall am stream am freitag kam ja die 200 folge haben wir ja gestreamt und naja es lief ganz gut ihr könnt auch gerne reinschauen das sind habt ihr auch extra eine playlist für erstellt für bens stream collection wäre schön wenn ihr auch da vorbeischaut und ja einfach auch mal sagt was ihr von stream haltet irgendwie ja klar ich hänge da fest und der schießt nicht logisch ich habe mich selber noch nicht mal gefunden wie hat er das denn geschafft hör doch auf weil das doch zu kotzen aber die runde hat doch gerade erst begonnen das ist gut naja moment da hinten könnte ich einen retten hier sind sie wieder mit schrot am start was für ein start man was für ein start zum kotzen aber egal das nehme gelassen das nehmen wir gelassen ja und bald ist es auch soweit mit den update wenn mich nicht alles täuscht schau mal die artillerie raus vielleicht kriegen wir dadurch unseren ersten kill wow die artillerie hat gesessen hat dadurch meinen ersten kill gebracht nice 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 habe ein bisschen Probleme die Front hier zu finden. Der bleibt tot. Ich versuch mal hier, ihm zu helfen. Oh nein, oh nein, ich steck schon wieder fest. Was? Achso, mit einer. Ah, der Hund. Alter. Oh, Granate. Ein Scharfschütze. Ein Snipey Hypey ist am Start. Na toll, aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Wir haben unsere ersten zwei Kills. Fängt ein bisschen spätisch an, aber wir arbeiten uns nach vorne. Ja, klar. Da hinten war der Sniper wieder. Ja, hast du ihn gekriegt? Nice. So, 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 alles klar. Boom. Da müssten sie stecken. Oder auch nicht. Oh Mann, ey. Die haben uns gut umzingelt. Der Panzer, der da ist, der geht mir ein bisschen auf den Keks. Aber egal. Also nicht egal, aber kann mir jetzt nichts dagegen machen. Boah. Die dürfte genau gesessen haben. Ja, Bolski, ich will den holen und werde mit einer Gewehrgranate getötet. Fein. Aber wir haben den Panzer, glaube ich, down gekriegt, ne? Der dürfte jetzt nicht mehr am Start sein. Kommt schon, Jungs. Wir sind so viele. Wir müssen die doch locker überrennen. Ey. Sprengsatz an Einsatzziel Bertha entschärft. Jawoll. Komm, hol mich bitte. Danke. Hier, Mann. Erste Hilfe. Okay, rechts, rechts, rechts. Das gibt's nicht. Krieg immer Killhilfe, Mann. Ich bring die immer fast down und dann geh ich selber down. Na toll. Und nicht vergessen. Heute Abend kommt wieder ein Stream. Und zwar ein Horror-Stream. Multi- sowie auch Singleplayer. Ich denk mal, wir fangen da mit. Moment. Fuck. Fuck, fuck. Flammenwerfer, Flammenwerfer. Sprengsatz an Einsatzziel Bertha entschärft. Wo ist er hin? Okay, okay. Wohl auch nicht okay. Ich kann schulen. Machen wir was auch. Panther. Oha. Oh, der ist schon down, Mann. Jawollzi. Das ist manchmal so komisch. Boah. Okay, ich seh keinen Gegner. Ah. Ja, Wohlzki. Hier, erste Hilfe. Oh. Seh nicht. Der war perfekt getarnt. Ja, das war ein Sieg. Recht kurz, wie ich mein. Aber immerhin ein Sieg. Okay, liebe Leute. Das war es an dieser Stelle. Und ja. Vielen Dank, dass ihr zugeschaltet habt. In der Videobeschreibung seht ihr meine Streamzeiten. Und auch meine Let's Playzeiten. Schaut da gerne mal rein. Auch in den anderen Projekten. Das würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Also.